Einige Fragen, die mich erreichen, beziehen sich auf das Präsentieren mit PowerPoint in Zoom. Unterschiedliche Herausforderungen, einfache Lösungen, ein kurzes Video dazu. Mein Name ist Tobias Albers-Heinemann, ich wünsche euch viel Spaß. Ich schalte direkt mal auf meinen Monitor, um das Setting zu zeigen. Ich habe jetzt hier die Videokonferenz vorbereitet, habe hier hinten dran die PowerPoint oder die Präsentation auch bereits geöffnet. Die möchte ich jetzt in der Zoom-Konferenz präsentieren. Erstes Vorgehen, ich muss zuerst die Präsentation natürlich starten, aber noch nicht beginnen, noch nicht vorführen, denn nur so kann ich sie auch in Zoom freigeben. Ich klicke auf Bildschirm freigeben, wähle mir PowerPoint aus, klicke auf freigeben und sage dann eben unter Bildschirmpräsentation von Anfang wiedergeben oder wähle hier unten in der Fußzeile einfach das Symbol für Bildschirmpräsentation. Und jetzt sieht man es einfach schon, okay, PowerPoint startet jetzt im Vollbildmodus. Nicht mein persönlicher Favorit, aber einige mögen das so. Allerdings sehe ich jetzt überhaupt nicht mehr, was auf meinem Monitor passiert, Zoom ist überdeckt etc. Ich habe jetzt hier zwar so ein kleines Fenster, da sehe ich jetzt die Bilder oder die Ansichten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber jetzt auch erstmal sehr klein. Das Fenster kann ich mir aber anpassen. Das heißt, ich kann das auswählen, möchte ich jetzt alle angezeigt bekommen, Miniaturen-Video oder so eine Kachelansicht. Diese Kachelansicht, die kann ich mir auch nach Belieben im Prinzip vergrößern. Allerdings schwebt die dann immer über meiner Präsentation, sodass zumindest für mich Teile hier verdeckt sind, die ich dann einfach nicht sehe. Das heißt, wenn ich jetzt präsentiere und diese Ansichten an der ungünstigen Stelle sind, ja, ist blöd. Wie gesagt, nicht mein Favorit. Deswegen das Erste, was ich mache, ist erstmal Präsentation beenden. PowerPoint zu sagen, hey, starte mal bitte nicht im Vollbildmodus, sondern in einem freischwebenden Fenster. Das funktioniert wie folgt unter Bildschirmpräsentation. Bildschirmpräsentation einrichten. So kann ich PowerPoint den Haken setzen an sich durch ein Individuum in einem Fenster. Ich klicke OK und wenn ich jetzt auf von Anfang an Wiedergeben klicke, dann startet PowerPoint eben nicht im Vollbildmodus, sondern in einem Fenster, was ich mir hier auch freiskalieren und anpassen kann. Eben so groß wie mein Monitor ist und so viel Platz, wie ich auch habe. Starte ich nun die Zoom-Konferenz, wähle ich mir PowerPoint aus, wie vorher auch, klicke auf Freigeben und kann jetzt hier das Fenster mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die visuelle Kommunikation nebendran schieben und habe dann hier auf der Seite, auf der anderen Seite meine Präsentation und sehe dann so noch auf meinem Monitor, was ich hier noch sehen möchte. Beispielsweise, wenn ich einen großen Monitor habe, noch Gesprächsnotizen etc. Grundsätzlich empfehle ich sowieso allen, die viel präsentieren und das oft nutzen, den Einsatz von zwei Monitoren. Das ist einfach komfortabel, ein Monitor als Arbeitsoberfläche für die Videokonferenz zu haben, einen anderen Monitor einfach zur Ablage für Gesprächsnotizen, Wörterteilen, Präsentationsmaterial und so weiter. Das ist einfach übersichtlicher. Weil ihr seht, das ist jetzt schon mit zwei Fenstern recht viel. Kommt jetzt hier noch eine Word-Datei oder keine Ahnung was mit dazu, ein Messenger-Programm zur Kommunikation mit dem Orga-Team, dann wird das wirklich viel. Das war Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei bezieht sich auf Barriere, Armut und Zugänglichkeit. Und zwar ist es ja auch mal der Fall, dass wir vielleicht auch Menschen in der Videokonferenz haben, die zum Beispiel auch nichts hören können. Und da sind Untertitel einfach ein Muss oder ein leider vernachlässigter guter Service. Die Konferenztools, die arbeiten daran an automatischer Untertitelung, an Live-Transkription, aber es ist bei weitem noch nicht Standard. Da ist PowerPoint relativ weit oder Microsoft in das Präsentationsprogramm. Es bietet nämlich die Funktion einer automatischen Untertitelung. Und zwar im Bereich Bildschirmpräsentation. Ab Office 365 gibt es hier einen Haken immer Untertitel verwenden. Und wenn ich jetzt die Bildschirmpräsentation starte, dann guckt mal, was passiert. Es gibt jetzt hier einen großen schwarzen Balken, in dem jetzt automatisch transkriptiert wird, was ich jetzt hier gerade in das Mikrofon sage. PowerPoint übernimmt direkt das Audiosignal aus meinem Mikrofon und erstellt daraus einen automatischen Untertitel. Das ist echt eine super nette Funktion. Es kostet überhaupt keinen Aufwand und ich erstelle mit wirklich einem Klick automatische Untertitel, wenn ich eine PowerPoint-Präsentation auch irgendwie vorführe. Das ist ein klassisches Service. Und wer nicht nur den klassisches Service will, sondern auch ein bisschen schmunzeln möchte, der kann nämlich auch die automatische Übersetzung verwenden. Ich kann nämlich auch in den Untertitel-Einstellungen nicht nur Deutsch als Untertitelsprache auswählen, sondern zum Beispiel auch Englisch. Und alles, was ich sage, wird jetzt automatisch übersetzt. Holla die Waldfee! Ja, wie gesagt, das sind erstmal zwei kleine Tipps. Den Vollbildmodus erstmal abschalten bei PowerPoint, die automatische Untertitelung. Was kennt ihr noch für tolle Tipps beim Präsentieren? Schreibt das einfach mal in die Kommentare, meldet uns das zurück. Und ansonsten viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.